So, jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem jungen Mann, der schon mal hier war mit seiner Breakdance-Gang, die Flying Steps, das ist schon ein paar Jahre her, zwei genau, und er ist mittlerweile einer der erfolgreichsten und besten deutschen Breakdancer, er war schon bei zwei Breakdance-WMs dabei und hat es sehr, sehr weit gebracht, er wird uns gleich auch hier was zeigen, bitte begrüßen Sie Lil Chang. Ja, herzlich willkommen, Lil Chang, das ist ein Künstlername natürlich, oder? Ja, genau. Warum Lil Chang? Weil Lil Stiffe klein wahrscheinlich, oder? Weil du nicht so groß bist. Könnte man so sagen. Ja, du gehörst jetzt mittlerweile zu den erfolgreichsten Breakdancern, du hast ja richtig schon Sponsoren und so, kannst du davon leben? Ja, klar. Aber nicht schon immer, oder? Nee, natürlich, also ich habe mich hochgearbeitet, natürlich, ich habe viel trainiert dafür und dann wurde ich auch angefragt, natürlich... Machst Shows und solche Sachen, ne? Genau. Genau, dann wurde ich auch angefragt von Flying Steps und so, ob ich mitmache und dann wurde das auch gleich... Das ist beeindruckend, was du machst, das ist ja turnerisch schon sehr anspruchsvoll, das ist ja, könntest du bei so Turnern mithalten, bei so einem Fabian Hamm-Düchen zum Beispiel, was du da machst auf dem Boden, das machen die dann so auf dem Seitpferd, ne? Genau. Irgendwie das heißt, könntest du da mithalten oder ist das wieder was ganz anderes? Also bei uns ist es so, dass die, die haben ihre Regeln, das ist das Beispiel, dass die die Beine gestreckt haben müssen und bei uns ist das alles so Freestyle, wir können so machen, was wir wollen. Okay, das heißt aber, die hätten bei euch keine Chance wahrscheinlich. Könnte man so sagen. Ja, wir schauen uns das mal an, was du drauf hast, ja? Du gibst uns jetzt eine kleine Performance und ich bin gespannt. Okay. Lil Chang, meine Damen und Herren. Applaus Nie, ich bin gespannt. Tschüss. Na, ich bin gespannt. Das war's. Das war's. Das ist eine Performance, oder? Die Frisur ist gut, aber der Buddy ist scheiße. Das muss man mal sagen. Nee, spitze. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Das war's. Das ist eine Performance, oder? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020